Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und heute gibt es, was ist das denn hier, eine weltvolle Redstone, also wirklich für uns ein Paradies. Es nennt sich Redstone-Spielereien, wurde eingesendet von Sergeant Liquid und er schreibt dazu, dass es eine kleine Sammlung seiner Redstone-Spielereien ist. Gibt es noch mehr Informationen, vielleicht in diesem Buch hier? Ah, hallo Josef, hallo Zuschauer, als erstes möchte ich mich bei den vielen Zuschauern bedanken, die mich in ihrer Einsendung immer wieder auf neue inspiriert haben. Und dir, Josef, ein besonderes Dankeschön dafür, dass du immer dir viel Geduld und Techniken erklärst und verbesserst. Darum bitte ich dich, schau dir alles in Ruhe an, auch die kleinen Dinge sind uns wert. Viel Spaß mit den Redstone-Spielereien. Wir werden uns mal ein bisschen umgucken. Ich kann mich sogar daran erinnern, war das Sergeant Liquid, der damals dieses Minecraft-Netz eingesendet hat? Also ich erinnere mich tatsächlich daran, dass wir eine Einsendung hatten, bei der wir auswählen können, wo wir hinwollen. Das heißt, wir können verschiedene Stationen auswählen. Ihr seht quasi, diese Welt hier ist aufgebaut in verschiedene Segmente und Gebiete. Zum Beispiel Pink, dann haben wir Grün, dann haben wir Gelb. Also wir haben verschiedene Sektoren und ein intelligentes Minecraft-System. Das heißt, wir können dann tatsächlich von einer Station zur anderen Station fahren. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. I think we're gonna try it. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt diese Station hier haben, das ist Gelb. Und welche Station ist das genau? Das ist Gelb, 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 Gelb Nummero 15. Gelb 15, okay? Wir merken uns, das ist Gelb 15. Können wir mal kurz hier ein Dingsmarkierung machen. Gelb 15. Dann können wir jetzt irgendwo anders hingehen, zum Beispiel zu dieser Station hier. Und ich kann jetzt sagen, wo ich gerne hin möchte. Ich möchte gerne zu Gelb hin und ich möchte gerne zu Gelb Station 15 hin. Ich glaube, so ist das schon mal richtig. Jetzt ist die Frage, müsste schon Minecraft hier bereitstehen oder nicht? Es kann sein, dass es jetzt durch irgendeinen Bug gelöscht worden ist, aber ich denke nicht. Ich drück mal einfach auf den Knopf und guck mal, was passiert. Gar nichts passiert. Auch gut. Doch, da passiert was. Ah, okay, das Minecraft hätte tatsächlich hier stehen müssen. Okay, nächster Versuch. Also jetzt nochmal. Also man gibt dann, ich möchte zu Gelb und ich möchte zu Nummero 15. So, perfekt. Und wir können uns das Minecraft reinsetzen. Ich drücke auf den Knopf auf Go. Und rein theoretisch sollte das System jetzt die Information mit uns gleichzeitig mitsenden, wo ich hin möchte. Und das System wird jetzt, wenn alles funktioniert, uns da hin leiten. Das heißt quasi, diese Router, die wir jetzt haben hier, sollten erkennen, wo ich hin möchte. Stellen die Weichen. Ihr seht grün-rot, also quasi wirklich eine Ampelanlage mit allem Pipa-Pöro. Das ist ziemlich cool gemacht. Und wir sollten jetzt theoretisch gleich bei Gelb 15 rauskommen. Wir warten mal eben eine Sekunde. Also das System leitet uns auf jeden Fall weg von dem, äh, pinken Teil. Und wir werden auf jeden Fall jetzt gleich, wenn alles funktioniert, in einen anderen Bereich gehen. Wir sehen damit den Redstone-Lampen. Ich glaube, das ist die Information darüber, wo wir hingeschickt werden sollen. Und ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Also wir sind jetzt gerade hier noch... Ah, genau. Hier sind wir bei einer Umlikreuzung. Wir sind gerade grün, gelb, weiß und, äh, pink, würde ich sagen. Und wir sollten jetzt zu Gelb geleitet werden. Das heißt, die Ampeln sollten jetzt so schalten, dass wir gleich bei Gelb rauskommen. Ich mach nix, ne? Also es sollte alles funktionieren. Aber es sieht gut aus. Es funktioniert tatsächlich. Und das Schöne ist, es können tatsächlich mehrere Spieler dieses System benutzen. Das finde ich das Beste von all dem. So, wir warten mal. So, es wird langsam richtig spannend. Also ich stehe jetzt quasi hier wieder an einer Kreuzung. Das System braucht einen kleinen Moment, um zu ermitteln, wohin das Minecraft fährt. Aber ich mach wirklich nichts. Und Tatsache, wir kommen bei Gelb 15 raus. Also wir fahren gerade in die Station ein, die wir uns vorhin markiert haben. Und sind angekommen. Das ist echt crazy. Denn hin unter diesen Strecken drunter seht ihr quasi sind, äh, wie hast du das gemacht? Ach, Items. Wird das per Dropper aktiviert? Ach nee, das ist für Minecarts wahrscheinlich. Da werden quasi Minecarts wieder zurück übertragen. Das ist ja smart gemacht. Ja, das ist sehr, sehr smart gemacht. Möchte ich mal gerade feststellen. Das ist super, super smart gemacht. Ähm, die Minecarts werden wieder zurückgebracht. Sodass auch immer genug Minecarts auf jeder Station sind. Das System kennen wir schon. Das haben wir uns schon mal angeguckt. Ich erinnere mich dran. Aber ich fand das einfach nur eine ziemlich coole Sache, dass das einfach so genial funktioniert. Dann, äh, haben wir noch weitere Spielereien. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht alle Spielereien hier wirklich verstehen, was die genau machen. Und wofür die da sind. Deshalb schauen wir uns mal ein bisschen um. Aber erstmal möchte ich gerne etwas da vorne. Und zwar diese Uhr. Die finde ich ja mal mega cool gemacht. Das ist wirklich eine coole Idee, ein Display zu machen. Das ist ja sehr, sehr gut lesbar. Also quasi mit Schneeblöcken ein Display zu machen, finde ich saunice. Da ist auch ein bisschen was zu geschrieben hier. Das YouTube-Video von DRC. Äh, die Verlinkung. Okay. Okay. Synchronisation. 4 bis 7 Uhr. Funk-Uhr. Minecraft-Zeit. Vollständig eingestellt. Spätestens nach 24 Stunden. Wie? Vollständig eingestellt. Spätestens. Wie? Die synchronisiert sich. Wie? Die synchronisiert sich nach der echten Zeit? Aber wie funktioniert das? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Auf die sich wirklich nach der echten Zeit synchronisiert. Und vor allem, was ist das hier? Siehst du hier? Das ist eine gigantische Grafikkarte. Hat das was mit der Uhr zu tun? Ne, das ist einfach, das ist eine kleinere Uhr. Ah ja, und die Grafikkarte berechnet dort das, äh, berechnet das da. Wir haben hier einen manuellen Glockenschlag. Wahrscheinlich. Ah ja, der, ah, okay, der Glockenschlag wird wahrscheinlich zählen, wie viele Stunden da sind oder so. Maybe, maybe, maybe. Also das ist auf jeden Fall faszinierend. Aber das würde mich jetzt echt interessieren, ob, ähm, die Uhr hier sich tatsächlich nach echter Zeit synchronisiert. Das würde mich ja mega interessieren, wie sie das genau macht. Ich denke, ne, aber so relativ, so quasi, hier ist der Decoder für die Uhrinformationen so. Hier ist das System, was dafür sorgt, dass die Zahlen angezeigt werden. Das geht, aber es sieht schlimmer aus, als es am Ende ist. Ich checkt schon, was hier abgeht. Und das mit der Synchronisierung, mit der echten Zeit, das ist die Sache, die ich vielleicht noch nicht ganz gecheckt habe. Vielleicht geht das ja wirklich. Also es gibt ja Möglichkeiten, auf die echte Zeit zuzugreifen. So, aber was ist das denn hier bitte? Was ist das? Das ist, das ist das Minecart-System auf mehreren Ebenen. Also das Minecart-System, was wir schon kennen, also wo man von einer Station zur anderen fahren kann. Mit Fahrstühlen? Wie jetzt? Wie, das verstehe ich nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist interessant. Also quasi, wir haben ja gerade das Minecart-System kennengelernt. Was zum, das ist definitiv nochmal was ganz anderes. Was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, das gehört nicht zusammen. Warte, erst mal gucken. Also tatsächlich scheint es wohl hier zu sein, dass es mehrere Ebenen gibt. Ja, Tatsache. Wow, wow, wow. Warte mal, das heißt, ich kann dann von einer Ebene zur anderen Ebene fahren hier. Das möchte ich ausprobieren. Okay, wir setzen mal kurz hier einen Target-Block. Da will ich hin. Wo bin ich denn gerade? Ich befinde mich gerade auf Ebene 5 bei der Station 1. Okay, Ebene 5, Station 1. Dann gehen wir mal zu irgendeiner Random-Station. Nehmen wir mal diese Station hier. So, und jetzt möchte ich gerne, oder funktioniert diese Station? Ich weiß nicht, hier oben leuchten Lampen. Ich weiß nicht, ob die Lampen hier oben leuchten sollten. Aber vielleicht hat es eine richtige... Okay, ich möchte gerne auf Ebene 5 fahren. Und ich möchte gerne dort zu Station 1 fahren. Hier ist ein Kisten-Minecart. Aber ich glaube, das wird auch mit einem ganz normalen Minecraft funktionieren. Deshalb sehe ich mal hier ein normales Minecraft hin. So, setze mich rein, drücke auf den Knopf. Und theoretisch. Das System kennen wir jetzt ja, wie gesagt. Also quasi die Informationsübertragung. Ich weiß gar nicht, wie genau die Information übertragt wird. Ich glaube, über ein Zeitsignal, maybe. Aber wir sollten jetzt irgendwie ein Fahrstuhl-System haben. Das heißt, rein theoretisch... Genau, der Fahrstuhl ist da vorne. Das ist der Fahrstuhl. Und ich glaube, es gibt nur einen Fahrstuhl, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das hier sind einfach die Weichen. Das heißt, über mir schon die Weiche der anderen Station. Und dieses Minecraft sollte jetzt theoretisch zu dem Fahrstuhl-Schacht fahren. Und der Fahrstuhl sollte mich dann auf die richtige Ebene bringen. Okay, das ist auch... Nochmal... Das ist einfach 5D-Minecart-System. Also quasi, wir haben nicht nur ein System, das uns überall hinbewegen kann. Sondern wir können jetzt auch noch auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Auf verschiedenen Stockwerken arbeiten. So, wir fahren jetzt in den Fahrstuhl ein. Da bin ich jetzt sehr, sehr neugierig, wie das ist. Vor allem, ich frage mich immer, was diese Minecarts da bedeuten. Ich glaube, es muss Surgent League und uns nochmal irgendwann genau erklären. So, es funktioniert. Wir fallen runter. Die Frage ist, kommen wir jetzt auf der richtigen Ebene raus? Ja. Ja, wir sind auf der richtigen Ebene. Crazy. Das hat funktioniert. Und kann das System uns jetzt auch da vorne hinbringen? Zu der Station? Also, hat das System das gecheckt? Also, ist das wirklich... Natürlich nicht eine Sache, die man mal eben schnell im Survival baut. Aber überleg mal. Sowas wäre auf einem Minecraft-Server installiert. Ein Redstone-basiertes Minecart-System. Mit jeglicher Perfektion. Ja, und wir sind angekommen. Es hat funktioniert. So, und das heißt, wir haben diesen riesengroßen Fahrstuhl, der in beide Richtungen operiert. Ich denke mal, dass auch noch Züge übergeben werden. Das heißt, quasi dafür sind diese Wasserströme gedacht, dass quasi sich Zugtechnisches ausgleicht. Also, wenn ein Zug von dieser Station zu der da unten fährt, wird ein Zug von der Station nach da oben geschickt. Sodass auf jeder Station immer gleich viele Züge sind. Das ist super wichtig. Wir gehen mal weiter. Was das hier ist, das habe ich noch nicht genau gecheckt. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie ein Anzeigesystem ist. Datenübertragungssystem ist unter verschiedenen Ebenen. Es kann sein, dass das hier mit zusammenhängt. Maybe, maybe auch nicht. Wir sehen auf jeden Fall hier diese ganzen Module. Das heißt, dieses Ding hier ist dieses Weichensystem, wo dann die Information kodiert ankommt. Und wir hatten uns das, glaube ich, schon mal angeguckt, wie genau das funktioniert. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich bemerkenswert. Wir sehen quasi hier unten genau die ganzen Outputs, die herauskommen können. Das könnte sein, dass es wirklich ein zeitbasiertes Signal ist. Und das zeitbasierte Signal dann hier übersetzt wird in die Weiche, die geschaltet wird. Ich glaube, die müssen auch noch mal teilweise programmiert werden, die Station, damit das funktioniert. Sehr, sehr auf jeden Fall beeindruckend. Und coole Sache, vor allem so einen Fahrstuhl habe ich auch noch nie gesehen. So, das ist auch cool, weil wir so ein Minecraft-System... Das würde ich mir auch mal gerade angucken, weil manchmal sind diese kleinen Sachen auch die richtig feinen Sachen. Wie ist das hier? Ich gehe hier rein und das Ding fährt wahrscheinlich von alleine los, oder? Ja, das ist sehr, sehr cool gemacht. Das gefällt mir. Die Frage ist, wie ist das jetzt mit dem Aussteigen gleich? Da steht was auf den Schildern. Mal gucken. Weitere Bahnsysteme. Was ist das hier? Das scheint ein Fahrstuhl zu sein. Wir fahren jetzt mal eins und mal anderen weiter. Wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz in Ruhe an. Was passiert da vorne bei der Station? Kann ich da ein- oder aussteigen? Oder wie ist das gedacht? Es ist noch rot quasi. Also hier ist so eine rote Ampel. Jetzt fahren wir auf die Station zu. So, was nü? Kann ich irgendwie sagen, wo ich hin möchte? Oder fährt das System von alleine weiter? Es fährt von alleine weiter. Achso, und wäre ich ausgestiegen... Stimmt. Wäre ich ausgestiegen, würde einfach... Ah, das ist natürlich schlau gemacht. Weil die Ampel ist jetzt auch rufrot gegangen, damit, ähm... Falls hier ein Zug jetzt ist, dass dieser Zug losfahren könnte. Das heißt, falls dieser Zug dann losfährt, seht ihr, würde es keine Kollision geben. Der würde dann jetzt auch von alleine sich kaputt machen. Und der Zug würde sich auch von alleine kaputt machen. So kann man von Station zu Station fahren. Okay, cool. Das da möchte ich mir kurz angucken. Was ist das hier? Was hat das hier mit auf sich? Ist das ein Fahrstuhl? Scheint mir fast so. Einen 17-Etagen-Wasserzug. Ähm... Nach dem Blinken einsteigen. Ach, und wähle ich hier die Etagen aus? Ja, crazy. Warte mal, dann drücke ich auf den Knopf. Nach dem Blinken einsteigen. Okay. Und das System bringt mich jetzt wahrscheinlich auf das Stockwerk. Und da kann ich dann aussteigen, oder? Ich weiß gar nicht, welches Stockwerk ich jetzt gerade angewählt habe. Auf jeden Fall schaltet irgendwas hier. Nach dem Blinken einsteigen. Ja, hier ist der Kolben ausgefahren. Wahrscheinlich habe ich gerade das letzte Stockwerk angewählt. Warte mal, ich möchte mal... Dann wählen wir mal das mittlere Stockwerk an. Jetzt muss ich wahrscheinlich rechts einsteigen, ne? Hm. Ich gehe einfach mal rein. Da ist auf jeden Fall ein Wasser. Ja, und ich bin angekommen. Und ich kann hier rausgehen. Unten. Ich weiß noch nicht, ob ich das gerade falsch verwendet habe. Aber das Konzept ist auf jeden Fall sehr interessant. Ein Fahrstuhl, der mich auf das richtige Stockwerk bringt und mich da rauslotst. Solche Techniken möchte ich dieses Jahr an Craft-Attack mir mal ein bisschen überlegen. Weil dieses Jahr würde ich in Craft-Attack tatsächlich einen ganz verrückten Fahrstuhl bauen, der mit einer Enderperle funktioniert. Das heißt, der quasi mich durch Enderperle auf jeder beliebigen Etage rausspuckt, wo ich raus möchte. Okay, weitere Varianten des Displays. Was ist das hier? Das sieht sehr crazy aus. Aber das sind Moosfarmen. Und die sind wahrscheinlich hier für eine große Baum- und Azalea-Farm. Okay, auch interessant. Was haben wir hier? Ein Display wieder. Also verschiedene Display-Techniken, die wir haben. Das hier schon scheint mir eine Codierung zu sein oder so. Was haben wir denn hier? Mini-Graker. Eine Mini-Grafikkarte. Okay, mit der ich wahrscheinlich an das Display Informationen senden kann. Also, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Oder ob ich da... Da ist die 2 gerade angekommen. Okay, verstehe. Okay, dann ist das die 0, 1, 2, 3, maybe. Ist das 3 oder 4? Was ist das, wenn ich jetzt diese Zahl drücke? Die Frage ist, ob die jetzt schon in diese Zeile schreibt oder nicht. Also die Grafikkarte hat das jetzt gerade schon kodiert, die Information. Und einen kleinen Moment später sollten wir hier... Ja, eine 4 sehen. Okay. 4, 3, 2, 1. Dann ist das hier die 1. Das heißt, wenn ich das jetzt über die Graker kodiere... Ah, okay. Der hat das so in eine Schneckennudel gebaut. Auch eine schlaue Idee, das so zu machen. Die Grafikkarte ist hier so eingeschneggut. Und da wird die 1 eingeblendet. Dieses Display hier, wie funktioniert das? Das ist sehr interessant gebaut. Okay, mit den ganzen schwarzen Blöcken. Definitiv eine unkonventionelle Art und Weise, ein Display zu bauen. So kenne ich das ja auch noch gar nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Wild. Sehr wild. Extremst wild. Aber hier läuft das Signal steady durch. Okay, ich verstehe. Aber warum der ganze hintere Teil hier? Das ist wahrscheinlich auch noch mal Ansteuerungstechnik. Genau. Hier läuft unser Datensignal durch. Das heißt, quasi hier ist dieser Lock-Mechanismus. Da scheint noch mal ein bisschen mehr Technik im Hintergrund zu sein. Dieses rot-orangen Ding. Das ist wahrscheinlich Display löschen. Letztes... Au. Au. Deswegen. Letztes Zeichen löschen. Das heißt, damit kann ich quasi rückgängig machen. Das ist der Grund, warum da so viel Aufwand ist. Denn das System kann backtracken. Und das macht diese Technik hier im Hintergrund. Das heißt, die Display-Technik an sich eigentlich okay. Aber der schwere Teil ist hier, das ist die Tatsache, dass er einfach alles löschen kann. Und dass ich um Zeilen hin und her wandern kann. Und wir sehen hier oben, wie groß das Display tatsächlich ist. Also quasi, das ist schon echt saukompakt gelöst. So. Was haben wir hier? Bruchst. Was ist das? Was kann das? Schauen wir mal rein. Bruchstein. Knochenmehl. Bruchstein. Ist das eine Maschine? Achso, das zeigt wahrscheinlich an, wie viel. Ah, das ist ein Zähler, der anzeigt, wie viel Bruchstein in einem Lager drin ist. Und ich nehme mal an, diese Grafikkarte und Display-Technik wurde genutzt, um hier oben anzuzeigen, was gerade auf dem Zählstein angezeigt wird. Sonst könnten wir theoretisch für die Redstone Factory... Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob man so einen Counter macht und dass man da oben ein Wording macht. Das heißt quasi, ich kann hier verschiedene Zählstände anzeigen. Das heißt, jetzt gerade wird der Zählstand von Bruchstein angezeigt. Und wenn ich auf Knochenmehl drücke, wird sich wahrscheinlich das ändern. Aktuell steht hier 947, also 947. Und jetzt ändert sich die Anzeige wahrscheinlich auf Knochenmehl. Das heißt, zeigt jetzt den aktuellen Wert von Knochenmehl an. Das heißt, das Display beschriftet sich von da. Und wir sehen, es wird auch eine andere Zahl angezeigt. So, es braucht natürlich einen kleinen Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Tickrate in dieser Welt ein bisschen runtergesetzt ist oder ein bisschen langsamer läuft. Aber sonst geht das eigentlich relativ zackig. Und wir sehen hier das riesengroße Lager. Und dann nehme ich mal an, dass wir hier ein Zählwerk haben. Zählwerke werden jetzt eh interessanter mit der neuen Minecraft-Version. Aber ziemlich cool. Und dann gibt es noch viele weitere Kleinigkeiten. Aber ich glaube, das Minecraft-System ist das krasseste von allem. Oder? Also, wir können natürlich hier nochmal hingucken. Was ist das hier? Eine Füllstandsanzeige für... Kisten. 15 Holz. Jetzt ein Stock. Gibt es eine Erklärung? Ah, hier steht was. Bin Hexwandler. Binary Hexer-Dizimalwandler. Okay. Aber das ist definitiv der hier. Warum eigentlich... Hier, irgendwas hat es mit dieser Leitung auf sich. Die habe ich vorhin schon gesehen. Diese Leitung hier kooperiert wohl irgendwie mit irgendwas. Was ist das? Das ist eine weitere Variante des Ding-Displays. Verstehe das? Hier nehme ich mal an eine Stromstärke rein. Und die Stromstärke wird dann quasi in die Zelle reingeschrieben. Oder wie macht er das? Also, hier ist die Kodierung auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Für die sieben Zellen. Wild. Sehr, sehr wildes System. Wie kriege ich das denn jetzt rein? Virtuell ist es gelockt durch den Kollegen hier. Andi, der gibt was aus. Ah, 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 verstehe. Okay, das ist nur die Ausgabe. Die Frage ist, wo geht denn dann die Information rein? Hier geht die Information rein. Hier ist die Zwischengespeichert. Das heißt, hier kann ich wahrscheinlich Eingaben machen. Sieben. Dann ist jetzt drin die Sieben. Und wird jetzt auch auf dem Display angezeigt. Ja, Tatsache. Sieben. Okay. Sieben. Acht. Fünf. Dreizehn. Okay, das System kann mehrere Sachen ziemlich schnell lesen. Also quasi das System ist so gebaut, dass es sehr schnell Daten übergeben kann. Das ist verdammt geil. Also quasi, ich kann relativ schnell davon eine Eingabe machen. Die Eingabe wird sehr schnell auch verarbeitet von dem System. Und es ist sogar Hexadezimal. Hier wird wahrscheinlich jetzt ein D stehen. Genau. Hexadezimal bedeutet, wir können bis 16 zählen. Also 0 bis 16. Also 16 Ziffern 0 bis 15. Und dann haben wir quasi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir damit mehr Daten und Informationen darstellen können. Das heißt, quasi mit nur vier Zeichen. 1, 2, 3, 4. Mit sechs Zeichen können wir so gut wie alle Farben darstellen mit Hexadezimal. Das heißt, wir können da irgendwie so eine Farbe schreiben, die irgendwie 1, C, F, 3, A. 4 ist. Und das ist dann tatsächlich eine Farbe. Und es gibt halt dann wirklich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. So. Die Frage ist halt, wofür ist dieses Ding hier da? Also kann ich die Daten noch weiter übertragen? Das hier scheint mir so eine Art Sendemodul zu sein. Das heißt, ich kann hier draufdrücken und dann denke ich mal, wird über diese Leitung das Ganze jetzt irgendwo hingeschickt. Ja gut, jetzt gerade ist es unterbrochen, das Signal. Aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist wie schnell das System die Daten lesen kann. Also das ist echt crazy von der Geschwindigkeit her. Also ich kann wirklich, ich kann 2, 4, 0 gibt es nicht, 2, 4, F, F machen. Und das geht wirklich, wie ihr seht, in diesem Tempo an dieses Ding hier weiter. Da wird gerade das F übertragen. Das F übertragen. Das Display braucht einen kleinen Moment. Das Display wartet immer, bis die Datenübertragung fertig ist. Und jetzt steht hier FF42. Das braucht noch einen kleinen Moment, um das sich zu aktualisieren. Boah. Aber das ist wirklich bemerkenswert cool gemacht. Also ich glaube, diese Technologie hier gefällt mir richtig gut. Vor allem dieses Datenübergeben. Dieses wirklich super schnelle Datenübergeben. Weil die Stromstärken werden halt hier übergeben. Und das System ist ziemlich rapid schnell, muss man sagen. Plus, minus. Okay, wir haben hier quasi einen ganz normalen Counter. Also quasi das kennen wir später, ne? Also quasi, dass man mit den Dingern zählen kann. Sowas habe ich auch schon mal gemacht. Das ist aber ganz cool. Aber dieses Display ist echt lecker. Das ist ein richtig leckeres Display. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und hier ist es auch ein kodiertes Display. Wohlgemerkt, ne? Also es wird auf zwei Seiten kodiert tatsächlich. Die Stromstärke geht hier rein. Wird in Echtzeit quasi kodiert. Und hier sind die Ledges. Die dann quasi die Zellen festhalten. Und dann einfach quasi einen Zustandswechsel machen. Sau cool. Okay, meine Damen und Herren. Das ist die Welt. Ihr könnt sie euch gerne downloaden. Ihr könnt gerne auf dem YouTube-Kanal von Sergeant Liquid vorbeischauen. Es ist definitiv nochmal ein Redstone auf anderen Niveau. Und ich glaube, mich hat das System hier am meisten fasziniert. Was hat euch am meisten fasziniert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao Leute.